Wir waren vor Kriegsbefahrt und helfen ein Wunderverleid. Und das Wunderstrahl war auf die Fall, das wehrt in den Strahl. Und unter dem Griff war zu lesen, in goldenen Leckern, wer dieses Schwert herauszieht aus dem Steine und dem Amboss, der soll sein rechtmäßiger König von England. So viele ihre Kraft an diesem Schwert versuchten, nicht einer war, der es auch nur bewegen konnte. Die Verheißung erfüllte sich nicht. England blieb ohne König. Und im Laufe der Jahre geriet das unversame Schwert in Vergessenheit. Es war eine düstere Zeit, ohne Recht und ohne Offen. Die Menschen lebten in Furcht voreinander, denn die starken Knechten. Da hat er keine Hexen und kein Schauberer dabei. Aber da hat er kein Junge dabei. Das war die Pony aus dem Meer. Das weiß ich nicht. Das ist nur ein paar Jünger, die sie gespürt. Ein Junge. Die Flughafte... Ja. Das da. Warte. Kann man das auch nicht mehr machen? Nein, das kann man das nicht mehr machen. Das ist voll... Vielen Dank.